alter das ist gerade das oberste stück hier ich weiß nicht ich kann mich einfach nicht überwinden aber eigentlich müsste es passen ja geht doch geht doch irgende Kamera hat sich gerade ausgeschaltet wirst du mich verarschen? ach scheiße ich wollte doch Luft raus machen aus dem Rewe oh gegenverkehr servus dankeschön ja genau das ist das was schmeidet er genau da ist einfacher guten Tag guten Tag guten Tag guten Tag wo voll rutscht ich? ich hab mich nicht hingelegt wuuuuh so also weiter ja ein Spartaner überholt im Königreich für den Vario Stützer das sage ich in letzter Teil sehr oft das sage ich in letzter Teil sehr oft die läuft die läuft GoPro stopp GoPro stopp ich glaube ich weiß dass ich diese Funktion jetzt ausschalten werde demnächst GoPro aus jetzt alle drei ich habe die Sprachsteuerin bei mir aus ja ich werde die auch ausschalten ich weiß warum ich weiß ja ich glaube er hat glaube ich auch keine Sprachsteuer nie wieder ich weiß ich weiß wegen dem wegen dem und wegen seiner Freundin ich weiß jetzt warum ich habe es gelernt los zieht sie durch mit dem Lamprecht füßt das soll ich wollen ja jo ja hopp komm mal ja wir warten nur auf dich warum auf mich? weil du vorfahren willst oh liebe dann immer ist dann kannst du auch den Schwab verlassen mann, das ist mittlerweile ausgefräst ah verdammt und das mit der kamera neben am helm ich stehe voll scheiße auf der pedale schluss mit der kamera daneben, vielleicht mal so schlau der weg bremsmanöver an dem baum bin ich hängen geblieben achtung flugmanöver da ist jemand am baum hängen geblieben ganz vorne alles gut geht dem baum gut dennis müde dennis schlafen dennis müde dennis streit mit seinem fahrrad fahrräder sind wie frauen wenn sie zickig werden wird es teuer fahrräder 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 ich weiß was es ist Schaltung verbringst Kettenspannung Kettenspannung ich hab keine Kettenspannung drauf der hängt viel zu tief drinnen gib mir mal ein Inbus bitte Doktor Bob der hängt viel zu nah dran Stellschraube ist aber noch da oder? na jo die hast du ja gerade mal komplett reingedrückt das sieht doch schon wieder gescheit aus weiter gehts solange kein Baum wieder mitten im Weg stellt kann man die einfach so im Wald stehen lassen ja absolut das ist ein absolutes No-Go Bäume im Wald Hammerhart Alter sah das immer aus Alter sah das immer aus da war ein bisschen Panik dabei warum auch immer bremswellen scheiße da war ein bisschen Panik dabei warum auch immer bremswellen viel zu tun das war ein bisschen die Arschhaare aufpassen das sind wieder so Bäume die halten einen gern am Lenker fest weg weg nur die mit dem roten so lange sein mein diesel sein oba hier wär einer wo ein bisschen geklammert hat boah floo alter brenzlöcher 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 keine ahnung, ich wollte dem spontaner anders erfahre boah brenzlöcher scheiße du sechssau nein fängt an zu regnen ja oh das war eine richtige scheißfitze die riecht auch dementsprechend ja ja die riecht gut oh gott widerlich ja 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 j j j Untertitelung des ZDF, 2020